Guten Morgen. Mir geht es ganz gut. Es ist nur ein wenig wackelig hier. Wir haben die Nacht in Punta Ellen verbracht. Ein ganz abgeschiedener Ort am anderen Ende der Welt. Hier führt auch nur eine Schotterstraße hin. Wir haben da in unserem Zelt geschlafen. Das war ganz toll. Wir haben mit Blick aufs Meer gefrühstückt, fühlen uns ganz ausgeschlafen und fahren jetzt wieder zurück nach Tulum, denn da sind unsere Bretter. Denn wir durften unsere Bretter nicht nach Punta Ellen mitnehmen, weil das hier ein Naturschutzgebiet ist und da darf man anscheinend nicht paddeln. Nur Motorboote dürfen da fahren und Jeep-Touren dürfen gemacht werden. Aber naja, holen wir unsere Bretter ab und dann geht es weiter. Tschüssi! Untertitelung des ZDF für funk, 2017